Servus, grüß euch und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Revelations Und weiter geht's Mal sehen, ob wir eine Rückblende bekommen JA! Rückblende! Bei Resident Evil Revelations Oh man, das kann keiner überlebt haben Dann stimmt es also, dass sie wieder da sind Dann war die Falle für Jill und Parker Alles weiß Mist, das ist eine Falle Ja, darauf werde ich meinen Arsch verbetten Wir werden Jill und Parker suchen Ihr müsst sofort zum Mittelmeer Wo? Verdammt, der Bastard hat meine Waffen Erreichst du die Zentrale? Nein, ich habe keine Verbindung Mist, hier ist die Zentrale Jill! Wer zu Hölle bist du? Yay! Episode 3 Wo Weltlos Geister Das ist herrlich Oh Vor allem ja Oh, hallo Oh, hallo Noch Schmerzen, Kadett? Nein Ich kann auch kämpfen Guter Mann Es ist vorbei Die Stadt ist verloren Oh wirklich, Parker Das ist ein nettes Outfit, Lady Warte Warte Ist das die Sniper-Tossi? Munition MG Munition Wuuuuh Munition Es ist die Tossi Die Anlage wurde infiltriert Nettes Outfit Verreitet euch auf die Heimreise vor Verteilt euch Und geht zum Landeplatz auf dem Dach Das ist dein Befehl Was? Hm Okay Ja, ja, das reicht Bringen Sie sicher zum Heliport Na gut Ein bisschen mehr Thusiasmus, Kadett Oh, Columbo Die BSAA ist abgezogen Ich bin der letzte hier, General Morgan Bei allem Respekt Die FBC macht einen großen Fehler Hm Hm Was? Ich hab nicht aufgepasst Wir führen schon drei Wochen Krieg Um die Sache zu bereinigen Es gab Rettung Und es gab Verlust Zu viel Zu viel Aber jede weitere Verzögerung gefährdet unsere Ziele Das ist doch unverständlich Nein Nein, leider nicht Alles mit dem Satelliten auszulöschen wäre nur ein Schnellschutz Wir könnten wichtige Beweise verlieren Die Benutzung des Satelliten wurde bereits genehmigt Wir werden hier aufräumen Du hast wohl an alles gedacht Aber selbst die FBC wird bei dieser Sache nicht alles verschleiern können Überlasst dem Himmel Gerechtigkeit zu üben Diese einseitigen Lösungen produzieren nur ein neues Vitro Vielleicht Dutzende davon Ja Das ist der Hub Männer wie wir existieren nur dank solcher Gruppen Und all die Leute die sterben werden War's das dann jetzt, Direktor O'Brien? So, alle kennen ihre Befehle Geht auf Position Raymond, zu mir Ja, Sir So, ich hatte einen Blackout Was war? Äh, nichts Okay Kann ich jetzt endlich weiter? Gott sei Dank Ja, das ist schon eher mein Stil Geht 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 Feinde in Halle Ich habe kein Scanner Und das ist sehr gut, dass ich keinen Scanner habe Warte, ich muss nur Katzen machen Oh mein Gott, was an dir denn? Müssen wir wohl, wenn wir hier raus wollen Ein Bastarder Oh sie tritt wirklich? Geil Du trittst in dem Rock nach dem Monstern? Geil Wo war ich? Achja Wir haben keinen Scanner und das ist auch gut so Also den diesen Scanner gibt es noch nicht Joinks Wir können das nicht ändern Joinks Jaja, Joinks Man wird Weltfroh mit Terroristen gleichsetzen Oh, hi Gott Ah, überall, Monster, überall Sollte keine Munition verschwenden Sollte keine Munition verschwenden Oh, ich habe ein Heilding sie verschwenden Nein Au! Na, gib mir einen Moment bis ich nachlade Ähm, war eigentlich noch irgendwo Munition Na, läuft noch Verdammt, ich drücke immer Verdammt, ich drücke immer Bei welchem Spiel wechsle ich meine Waffe mit Y? Ah, ja, ich bin noch, ja Wechsle ich zwar nicht meine Waffe auf Y, aber Ich bin noch irgendwie auf Dark Souls eingestellt Weil mit Y und dann mache ich, äh, beidhändige Waffe Ja, wo lang muss ich? Na oben? Okay Hier ist Blut Hier ist Blut Lady, hier ist Blut Blut? Oh, hallo Sie können auch noch Krallen Na toll Ah, sie haben Krallen, was hast du erwartet? Bing Hi Ich wusste, dass irgendwann mal einer aus dem Lift rauskommt Ja, sterb, sterb, sterb Au Sterb, sterb Was gibt's zu grinsen? Ich habe dich hier reingezogen Schon gut, aber du legst mich dafür zum Essen ein Und ich bestelle mir Homer Und dann poppen wir Was? Schon kaputt Pst Und das war der letzte funktionierende Aufzug Natürlich war es das Ehrlich gesagt Weiß ich nicht, was ich von Treppen halten soll Hallo Gut, dass ich ja eine MG habe Ansonsten wäre das vielleicht ein Problem Er ist weg Aha Hallo? Oh wow, hallo Hallo Ich liebe das, wie sie sich einfach auflösen Wutsch Hier Hier Uh Was ist denn das? Hallo Baby Oh, seh dir das an Oh ja Oh ja Oh Oh Ich habe keine Verdammt Du musst aufhören, diesen Dämchen Ich habe fast keine Mission für die Danke Joinks Verdammt Joinks Verdammt Joinks 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 Gib mir einen Moment Oh, Handgranate Joinks Verdammt Spiel, gib mir Schrott für Munition Und was schellst du von diesem O'Brien? Er ist Columbo Wah, wah, wah So war das nicht gemein So war das nicht gemein Aight Das sehe ich auch so Ich glaube In der FBC zu sein, verdirbt die Moral Du klickst genau wie er Ähm Ich wäre trotzdem gerne auf der richtigen Seite Ähm, oh Wo Woa Au Ah ne, ich halte ziemlich viel aus Ähm, rauf Was hat denn was? Nein Schade Der Aufzug ist im sechsten Stock Schnell Sechster Kann ich in den fünften? Nein Was war das gerade? Verdammt Verdammt Spiel, kann ich rot finden, Munition? Ja, ich höre euch, wo seid ihr? Hallo Verdammt Okay, erstmal Munition checken Hier ist, oh Nein Nein Ah, der geht nicht auf, okay Wow, Rückwärtshalter, ey Keil Oh, wartet Komm schon Steig drüber Steig drüber, komm Verdammt Spiel Wo ist der andere? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Verdammt Verdammt, ich hab's verpasst Kann ich Uh, nett Okay Okay Ich war abgelöst Kann wir jetzt warte machen? Äh Ist nichts Hier ist nichts Fall Munition 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 Ist hier noch irgendwas? Da hinten liegt Munition Äh Äh Was checken Schränke Ja Endlich Schub mit Munition Ich frage mich, ob sie die Munition zufällig verteilen Oder ob das Was war das? Hilf mir mal Oh, hab ich's gesagt? Oh Oh Ähm Ähm Lady Okay, die sind direkt hinter uns Wieso erwischen die uns jetzt nicht? Ich meine, komm Oh, kommt schon Die waren keine zwei Meter hinter dir Um fair zu sein, wir können sie auch einfach erschießen, sie sind nicht so schwer Oh Oh, oh, oh Das, das, das Seht euch das an Seht euch das an Das, 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 das Leckt mich am Arsch Ja Ja, genau Kampf, gibst mir Spiel Ich weiß, du willst das Oh Oh, und überall Munition Ja, ja Überall Munition Ja, ja, ja Ich sollte mal Schraubschnitte nachladen Ja Ja, 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 ja Das ist, das Das ist ein Du wirst in den Arsch gefickt haben Ja Joinks Oh, oh, oh Oh, ich sehe schon, wie es läuft Ja Ich sehe schon, wie es läuft Oh, ja, ich sehe schon, wie es läuft Ich mache Ding und sie sagt, wir müssen auf den Aufzug warten und dann kommen 20.000 Monster auf uns zu Oh, ich sehe schon, wie es läuft Komm, sag es Ich wusste es Oh, ich wusste es Ja, danke Ja, genau, das wird sein Ding Okay, Schrott finden Zeit Ja, Schrott finden Zeit, nein Ja Hau Du lebst noch Was ist denn das? Wieso lebst du noch? Mehr Verdammt Schlechter Zeitpunkt zum Nachladen Stirb bitte Laut nach Laut nach Oh, Junge Echsenmenschen, überall Echsenmenschen 24 Minuten Das ist nicht gut Gib mir Ach, ich höre ihn Nein, ich will nicht sterben Okay, wie lange braucht dieser Aufzug? Oh, Gott, ich muss noch sein Bastard Bleib liegen Funktion Ach, Gott Ach, Gott Oh, shit, nachladen, nachladen, nachschneller nach, nachschneller nach Danke Danke Au Oh, bin absolut nicht beeindruckt Spiel Bin absolut nicht beeindruckt Spiel Oh Joinks, Joinks Bin absolut nicht beeindruckt Spiel Okay Okay Das macht bang Gib mir das Kraut So Wo ist denn ein besserer Platz? Hier? Können wir die Scherze für später aufheben? Joinks Joinks So Oh, Gott, nicht direkt neben mir, bitte Danke Oh, schlechter Zeitpunkt zum... Wie viel Schaden die auch machen Ah ja, ich sehe euch Ah ja, ich sehe euch Absolut nicht Au Direkt neben mir, wirklich Direkt neben mir Bleib Liegen Au Nein Au Was zur... Wie viele das sind? Au Capture, das ist doch absolut nicht fair Absolut nicht fair Gott sei Dank Weg hier tack black ich nein guck ich hole 行